Und boxen auf zum vierten Rennen, dem Sport 5 Cup. Das Feld geht auf die Reise an der Außenseite Hieronymus in vorderer Linie, weiterhin in der Rang mit Okapi. Dahinter dann die Verfolgergruppe, angeführt von Andreas mit Falco Nettay. Dahinter sieht man dann Ueno vor Artica, dann Nesterenko vor Blulolin. Und am Ende dann deutlicher zurück ein Duo, bestehend aus Early Morning und aus Showdancer. So sind die Pferde im ersten Bogen. Hieronymus zeigt den Weg mit etwa zwei, drei Längen. Dahinter ist in zweiter Position Dano Kapi, außen Darag, drittes Pferd. In vierter Position galoppiert in den Röntgenerfarben. Dann Andreas, dahinter Falco Nettay. Dahinter sieht man dann Nesterenko mit außen Nueno, gefolgt von Artica. Dann Blulolin und deutlicher hinter dem Feld galoppieren, unverändert. Showdancer und Early Morning. Die Pferde sind unterhalb des Vizeblicks und damit Mitte der Gegenseite angelangt. Hieronymus mit zwei, zweieinhalb Längen vorne. Dahinter dann das Duo, bestehend aus Darag und aus Okapi. In vierter Position galoppiert Andreas mit Falco Nettay, der aufrücken konnte. Dichter auf auch Nesterenko vor. Nueno und dann Artica mit Blulolin. Und dann der große Abstand bis zu Showdancer, der aber um Anschluss bemüht ist. Und deutlich zurück dann Early Morning. Da hilft wahrscheinlich nur noch eine Abkürzung. Die Pferde sind bereits im Schlussbogen. Hieronymus weiter vorne. Darag rückt aber näher heran. Dann sieht man an der Außenseite dann Falco Nettay mit Okapi. Andreas ist ebenfalls zur Stelle. Dann Nueno und dahinter dann Nesterenko lässt sich anfassen mit Artica. Die Pferde sind im Einlauf noch 450 Meter und Hieronymus ist vorne. Hieronymus springt noch einmal ein bisschen vom Feld weg. Hieronymus klar an der Spitze 300 Meter noch. Dahinter Darag, der einzige Verfolger. Aber Hieronymus, Hieronymus ist vorne. Hieronymus vor Darag, kommt jetzt aber näher heran. Darag streckt sich. Hieronymus und Darag, Darag ist vorne. Darag mit Hieronymus. Hieronymus zieht wieder an. Hieronymus mit Darag. Hieronymus an der Innenseite. Hieronymus wehrt sich. Hieronymus und Hieronymus kommt nach Hause vor Darag. Dahinter dann Andreas auf dem dritten Platz vor. Okapi und Falco Nettay. Dahinter dann Nueno vor Artica. Dann sah man Nesterenko mit Blululin vor Showdance und Early Morning. 450 Meter und Hieronymus ist vorne. Hieronymus springt noch einmal ein bisschen vom Feld weg. Hieronymus klar an der Spitze 300 Meter noch. Dahinter Darag, der einzige Verfolger. Aber Hieronymus, Hieronymus ist vorne. Hieronymus vor Darag, kommt jetzt aber näher heran. Darag streckt sich. Hieronymus und Darag, Darag ist vorne. Darag mit Hieronymus. Hieronymus zieht wieder an. Hieronymus mit Darag. Hieronymus an der Innenseite. Darag wehrt sich. Hieronymus und Hieronymus kommt nach Hause vor Darag. Dahinter dann Andreas auf dem dritten Platz vor. Okapi und Falco Nettay. Dahinter dann Nueno vor Artica. Dann sah man Nesterenko mit Blululin vor Showdance und Early Morning.